So Aha, haben sie den schon? Ach, sie machen da nur noch eine Straßensperre. Achso, das ist der da hinten. Was geht hier ab? Was geht hier ab, geht das schön? Falls sie noch mal versucht zu fliegen. So, jetzt kann man mal fliehen. Nein, bitte fang ich nicht über. Oh Gott, dazu müssen jetzt keine Reifen mehr. War das nicht mein Auto? Ja, das war mein Auto, weil da der jetzt drin sitzt. Komm, Kollege. Ah, Junge, was geht mit dir ab? So, London, da bin ich wieder zur nächsten Folge von LCPDFR. Wir stehen jetzt schon wieder an unserem schönen Wagen von unserem Mercedes. Wir steigen gleich wieder ein und fahren gleich weiter. Ja, wieder auf Streife. Ähm. Achso, gut, ist cool. Sonst hätte ich nichts angehalten, weil der einfach ganz dreist vorbeigefahren ist an einer Polizei. Ich meine, das ist ja nicht normal. Nein. Ähm. Ich glaube, das ist ein gestohlener Wagen. Ich will dir aber nichts sagen, weil sonst würde ich ja nicht so hupen. Ich bräuchte bitte einmal... Ah, bitte anhalten. Ah, bitte anhalten, habe ich gesagt. Ich habe bei mir noch nie einen, äh, ELS-Version-Dingans-Bummisch. Naja, gut, dann, äh, machen wir es erstmal kurz so. So. Sie sind etwas sehr aggressiv gefahren. Oh, das ist ne... Und andere. Alles klar, tut mir leid, F-10, tut mir leid. Tut mir leid, nein. Äh, ist ein Driver-Warning, nein. Äh, F-9. Nein, nein, keine, keine Strafe. Nein, 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 das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Nein, ich lege ihm keine Strafe aus. Nein, es tut mir leid. Es tut mir leid, so. 40 Euro, das billigste. Es tut mir leid, Kollege. Ich wusste nicht, dass du ein Kollege bist. Oh nein, sorry. Scheiße, geht ja gut los. Sorry, Kollege, du bist. Sorry, sorry. Sorry, Kollege. Sorry. Sorry. Okay, ähm. Was ist immer rot oder? Ne, ist schon wieder grün. Ich weiß, ich hab dich jetzt gerade geschnitten, tut mir leid. Aber es geht weiter mit, ähm, dem noch? Nein, mit dem nicht. Mit ihm hier. Mh, nö. Fällt's wieder vorbei? Weil du fährst wieder so schnell. Kollege. Ähm. Es gab ein Kollege mehr. Was geht mit dir? Wieso fährst du so schnell? Aber das war nicht normal, Freundchen. Warte mal, ich muss kurz einmal... ...mein... ...verschissen hier, wer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... ...kann ich gerade nicht joinen. Nein, ich muss... ...der ist nämlich etwas viel zu schnell gefahren. Und ich möchte nicht, dass er das wieder tut. Denn wir müssen hier für Recht und Ordnung sorgen. Das können wir nur, wenn... ...ja, er blinkt links und fährt rechts ran. Das ist auch schwierig, ne? Naja, gut, ähm... ...du kannst du einfach weiter ran. Oh, ne, ne, ne. Ist jetzt nicht sein Ernst. Ist jetzt nicht sein Ernst. Komm, 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 Kollege. Suspekt ist in der Vehicle. Description zu folgen. Ich hoffe, es ist wieder eine kleine Versteckung angerufen. Angerufen vor allen Dingen, ja. Ich rufe Versteckung an. Äh, angefordert. Wir sind hier lang. Tut mir leid. Stehen wir in der Polizei. Der fährt aber ja nicht gerade langsam. Ah, Junge, Junge, Junge. Was geht mit dir ab? I need... ...Beg up, Jungs. Dass auch keiner kommt, ne? So wie bei Cobra 11, ne? Hier, äh... Hier sitzen Semia und, äh, Brandt drin. Semia und Brandt. Gerd und Brandt. Da heißt man weiter. Alex. Alex Brandt. Und, ähm... Es passiert einfach nichts. Die versuchen hier, äh... ...er Versteckung anzurufen. Es kommt nicht. Und wenn sie sich angehalten haben, dann sind alle da. Wetten. Wetten, wenn ich mich jetzt anhalt, dann sind alle da. Oh, Jungs. Was geht mit dir? Wieso stehst du einfach auf der Straße, Junge? Das ist doch lebensgefährlich. Hast du das nicht gerade gemerkt? Wenn hier so einer... ...so ein Idiot kommt. Wieso fällt der jetzt rechts rum? Nein, du fährst ja nicht hier rechts rum. Du glaubst... Alter, was geht mit dir? Alter, das war sauknapp schon wieder, Jungs. Was geht mit euch auch? Ach, da ist doch... Ja. I need backup und die stehen alle. Ja. Ist angehalten. Er ist angehalten. Okay, schaffen das meine Kollegen oder... ...ist der irgendwie betrunken? Alles klar. Kollegen schaffen das. Ich bin jetzt mal nicht hier rechts. Kommt einer oder... Was geht jetzt hier auf? Ich will doch kurz einmal sehr gerne... ...seinen Wagen hier wegfahren. Weil hier etwas in der... ...spur steht. Upsala. 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 Vielleicht werde ich auch noch angehalten hier von irgendeinem... ...und das tut mir immer leid. Wenn wir hier wieder Radio ausmachen. Handbremse anziehen und aufsteigen. Oh! Der ist nicht einfach geteleportet. Wo ist er hin? Komm, 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 komm. Steig ein, Kollege. Was macht der jetzt? Was ist da hinten? Das ist dann wenigstens immer noch festgenommen, oder? Drei. Ich kann nichts machen. Und dann plötzlich wieder... ...und geht jetzt vor allem, wie es aussieht, wie die Handschellen. Gut, äh, dann... Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt. Das geht mit dem nicht, alles klar. Jetzt geht es wenigstens, und wir müssen aber ihm hinterher. Ich gebe ihm auf jeden Fall schon mal ein Reifepad geschossen, wenn ich da nicht mehr so ab... ...so schnell fahren kann. Aber der... Boah, Alter, der gibt ja richtig Gas da hinten. Was geht mit dem ab? Viel Zeit anhalten. Oh, ich... Bremsen. This is your last warning. Pull over. Komm, pull over. Ich hab noch nicht mal Versteckung gefordert. Here we go, in pursuit. Greenheids... Nied, hbleien. I do stupid! All over! Was... Wer... Wer fährt da drin? Ich kann von Auto aus nicht schießen, weil der... ... Das Fenster sein, weil der weg ist und dann kriegt das Fenster nicht auf. Das ist doof. Darum kann ich nicht so gut schießen, dann schieße ich lieber gar nicht So, jetzt, jetzt hab ich ihn Wie fährt der denn, Alter? Jetzt, 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 jetzt Jetzt bist du mein Anhalten, Polizei Oh, Mann, 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 ich konnte ihn nicht aufm Auto ziehen Ich brauche Backup, Jungs Dann kommt, 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 steck ein, Jungs Genau, in den Yellow Taxi Und was, was für ein Taxi denn sonst? Es gibt nur Gelbe Oh, Gott, 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 Jungs Dass hier auch einfach keiner kommt, ne? Ach, Jungs Ach, Mann, wieso kommt denn keiner? Ach, haben die alle was zu tun, oder was? Jetzt, jetzt hab ich ihn kurz ein bisschen gedreht Das heißt, es konnte meine Chance sein, mich vor ihn zu setzen Wieder auszusteigen Und jetzt ist es, jetzt bist du mein Steig halt hier ein So, auf jeden Fall Alter, steig doch ein, steig ein, steig ein, steig ein So, stehen bleiben Polizei Hands up Okay, das war's dann auch Dann haben wir ihn auch Alter, das, das war wieder eine Verfolgungstaktor Schlechthin Ähm Der Wagen, ach komm, der steht eh nicht auf der Straße Dann können wir ja stehen lassen Das ist unser Wagen hier, da kommt T Oh, jetzt kommt wieder, jetzt kommt die Verstärkung, siehst du's? Da hin, das soll so Wieso schmeißt er den denn da immer wieder aus dem Auto raus? Kannst du mich mal einsteigen, Kollege? Was sind das für Was, criminal? Ach du, heilige Da ist wieder irgendwas los Ah, alles, das war's So, ähm, ich will aber gern wieder mein EDS wieder aktivieren Ich weiß noch nicht wie Ja, ich sehe ihn doch Stehen bleiben Polizei Was geht jetzt ab, was geht jetzt ab? Noch irgendwer Will noch irgendwer auf die Fresse haben? Nein? Du auch nicht? Du auch nicht? Du auch nicht? Gut Alles ruhig wieder hier Ich will die ELS Version wieder ändern Ich will wieder ELS haben Ich hab jetzt hier sozusagen Bei E... Ich hab hier ELS 7 drin Bei ELS 8 viel zu sieht Bei mir nicht Das geht nicht Ähm, aber ELS 7 ist auch völlig in Ordnung Nur Wieso hab ich da jetzt einen gelben Punkt? Wenn ich M drücke, hab ich da unten so einen gelben Punkt Das würde mir immer interessieren, wieso? Hm Ähm, wir fahren mal weiter Ja Ich warte mal kurz hier auf den Komm Ach, der will hier rein endlich jetzt Ich lande den mal kurz um Weil der Kommt mir irgendwie Na? Ein bisschen Anders vor Ich hab mich grad einmal kurz gedreht, damit der Dings da da ist Einmal so Oh Ähm Ach, ernsthaft? Ich hab vergessen mein Thema zu starten Gut, hab ich jetzt gemacht Ähm Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen Machen ich aber so frei nach Gefühl Ach, der hat jetzt einer angefahren Fährt mir gerade ein auf Pullover Och, du heilige Du hast den ganzen Einkauf von der Frau weggemacht Dann muss ich sie leider einmal anhalten Komm, Pullover So, wir exiten einmal unser Vehikel Äh, leider sind sie etwas aggressiv F9 Einfach Oh, Junge, Junge, Junge Wieso vergessen die alle jetzt zu Hause Ich weiß nicht Bitte schreibt mir auch mal in die Kommentare Was geht mit dir? F11 Dann pass mal beim nächsten Mal bisschen Pass beim nächsten Mal ein bisschen besser auf Oh, was? Stolen Vehikel? Stolen Vehikel? Ehe, jetzt die Löffel Vehikel kommt Ja, kommt Please pull over Alles klar Wie kann man ein Taxi stehlen? Und dann auch noch Fahrgäste dabei haben Naja, gut, Junge Junge, Junge, Junge Einmal bitte Ähm, F9 Dann nochmal F9 Du hast irgendwelche Ideen, die ich ansehen kann? Junge, Junge, Junge Also, ähm Dann mal wieder ihre Passend Passend, äh Mitfahren Halt So, einmal bitte 2 Suspects kontrollieren Bleiben Sie bitte einmal hier stehen Ähm Roger Alles klar Und Dann gucken wir einmal Und zwar Honyblease Is, äh Vailed License 3x Stopped And no active variant No active variant Alles klar, aber trotzdem müssen sie aussteigen Das Fahrzeug ist gestohlen Das heißt, ähm Bitte einmal aussteigen F10 Vor allem, sie müssen stehen bleiben Gut, ähm Der wollte gerade abhauen Darum habe ich dann nur noch auf festnehmen gedrückt Und das war's Wieso guckt ihr alle so? Naja, gut Muss gut einmal das Taxi Nein Muss gut einmal das Taxi an der Seite fahren Ob das hier etwas im Weg steht Alles klar Dann lass ich das Taxi hier stehen Der fällt einfach sehr aggressiv Der fällt einfach sehr aggressiv Ich weiß, dass er so viel gestohlen ist Ich muss nur ganz schnell kurz einmal weiter Ich hoffe ich krieg den noch, ich hoffe ich krieg den noch Ne Sein Speeding Sein Speed war zu hoch für mich Da oben Das ist er, das ist er, das ist er Das ist er, das ist er Das ist er, das ist er Suspect in custody, alles klar Sie brauchen jetzt nicht mal die Tune, also wenn Sie nichts machen Denn das war etwas zu aggressiv Haben Sie mich nicht verstanden? So Äh F11 Ich weiß nicht, wie viele Kilometer über das Speedlimit du gehst Can I have ID, please? Thanks Marlona Marl May 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 models Pray May 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 Ja, habe ich in der Ökting World zweimal gestoppt, also dreimal gestoppt und zweimal Caution, was auch immer das heißt. Ich habe es mal gegoogelt, bei Google übersetze das, steht Zitat, Zitate 2, hä? Auf jeden Fall, gut, auf jeden Fall, sie kriegen einmal erstmal eine Strafe von 100 Dollar, weil sie sind wirklich sehr aggressiv gefahren. Das heißt, wenn ich diese Anzeigen da oben links wieder kriege, würde ich gerne einmal ihnen eine Strafe ausgeben. Hallo? Ah, so. Ähm, F11, eine Warnung. Ach ne, F9. F9, so, und jetzt F9. F9 ist nur eine Warnung, äh, F11 ist eine Warnung und der F9 ist ein Bußgeld. Bußgeld in Höhe von 5 Euro, äh, 100 Euro, also 100 Dollar. Och Gott, sonst ist es redig. Er sagt auch noch, Dankeschön. Ja, bitteschön, habe ich gerne gemacht. Wieso hören sie Musik bei der Arbeit? Das, ähm, ist etwas komisch. Hey, du, halt es! Stopp, wo du gehst! Keine Dinge, ich weiß nicht, 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 was du hast, aber jetzt bist du festgenommen. Weil, du bist weggerannt. Erstmal, kurz einmal festnehmen, damit man weiß, alles klar. Und. Alles klar, so, ähm, ich hab's gerade eh mit der Rücktaste an und ausgemacht, die ELS, Enable und Desenablen, ja, ich weiß nicht, den Weg, kannst weiterfahren. Gut, du fährst etwas komisch, aber okay. Junge, 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 du bist festgenommen, weißt du, was, was verstehst du denn festgenommen nicht? So, einmal F-10. Und F-9. Da halt nicht. Er zählt eigentlich sozusagen auf mich, wenn er jetzt ausreichen würde, würde er mich abschießen. Das heißt, ähm, F-10 und, nee. So, sie sind aber immer noch festgenommen, das wissen sie, ich bin immer noch der gleiche, sie sind immer noch festgenommen. Ich weiß nicht, wieso sie ausgebüxt sind, oder einfach weggelaufen sind. Auf jeden Fall, du mal kurz Tee, ja komm, die können wir kurz selbst mitnehmen. So, du bleibst hier, du rennst nicht wieder weg. Ich will, wie kann ich das wieder ausmachen mit dieser ELS-Färschen, Alter. Ich weiß es echt nicht. Aber gut, ähm, ach hier will ich. Nein, hab ich noch ausgekriegt, ich hoffe. Sonst hört man das jetzt die ganze Zeit. Nein, hab ich nicht. Naja, gut, ähm. Gut. Komm, beeil dich, Stüpfchen. Ich spiele so FPTFR auch so, ähm, alleine, also nicht mitaufnehmen. Also, ähm, es kann sich jederzeit ein Auto ändern, jederzeit alles ändern halt, weil ich denke, ach, das könnte man nochmal ändern, probieren wir aus. Und wenn es geht, dann, dann geht's. Das ist meistens so. Wenn es geht, dann geht's, das ist meistens. Ähm, ich finde aber wirklich, der, der, der Police-Wagen hier ist eigentlich richtig geil. Ich möchte mal gucken hier, was er so im Trunk hat, weil irgendwie, äh, das war sauknapp. Mann, ich will dieses ELS wieder, ich hab's geschafft, ja, ich weiß nicht wie, aber auf jeden Fall hab ich's geschafft. Gut, ähm, auf jeden Fall hab ich jetzt ELS wieder ausgemacht. Ich will mal hier durchgucken, was das ist. Press in E. Ach, nee, das wollte ich, nein, das wollte ich nicht. Ähm. Hm, mach's mir in der Luft, einfach so. Alles klar, das geht nicht. Ähm. Immer bitte kurz, na, halt. So. Das sieht jetzt aus, als ob's an wäre, aber das ist normalerweise aus. Also, das ist nur wegen der ELS-Version. Und wie gesagt, ähm, ja, ich nehm hier alles im Voraus auf, weil... Öh, das ist rot, da hab ich hier nicht gesehen, Entschuldigung. Ähm. Äh, falls, äh, weil ich mir alles im Voraus auflaube, kann ich nicht in die Kommentare gucken. Wahrscheinlich habt ihr es mir schon reingeschrieben, aber falls noch nicht, dann, ähm. Dann, äh, schreit uns bitte rein, wie man nur das Blaulicht anbauen kann, weil ich hab hier ja... Ich weiß gar nicht, ob das geht, weil mit K hat man halt diese, äh, Polizei da oben stehen. Mit L hab ich diese Warning Lights da. Und wie krieg ich dann nur das Blaulicht anbauen kann, dann muss er bestimmt auch gehen. Homeless People. Homeless People hat, äh, Causing, das heißt, eine, eine, ähm, ein Obdachloser oder mehrere machen Trouble, machen, machen, äh, Dings, ne, ich weiß. Äh, genau da. Das ist nicht in Ordnung, Junge, was du da machst. Ärger, 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 genau, machen, Ärger, das würd ich sagen. So, und, ähm, F11. F, F10. F11, F10. Gut, das war's. Alle abbauen hier. Kein People mehr hier, alles klar, ähm. Oh, ich hab noch meine. Dings sind alles an. Ja, sieht man leider nicht wegen, wegen dem Blaulicht, aber, äh, da müssen wir jetzt kurz noch 5 Minuten oder so durch. Ähm, so, wenn man kurz vor, ach nein, ich wollte, ich wollte, ähm, so, ich wollte ja ordentlich fahren, tut mir leid, ich wollte nicht überholen. Wieso steht der da so weit drüber? Das finde ich nicht in Ordnung, der blockiert gerade den Bürgersteig. Oh, warte, warte mal, ich mach mal das wieder alles aus. Mach dann K, nein, ich mach L, weil L sind die Warning Lights. Mal bitte anhalten, hab ich doch gesagt, hallo, hören Sie mich nicht. Hören Sie mich nicht. Und zwar jetzt und nicht gleich in einer Stunde oder so. Uuuh, wieso hältst du plötzlich einfach an, Junge? Dankeschön. Sie standen da leider etwas, ähm, komisch da an der Straße, das heißt, sie haben leider, ähm, F12. Die haben was gemacht, was ich nicht will, nennen kann. LCC Taxi. Hat sie einen Fahrgast? Ne, hat er einen Fahrgast, wollte ich eigentlich sagen. So. Wir gehen jetzt ein bisschen zurück, damit das nicht hört, falls... Wow, er geht damit nach Schrotflinte hin. Junge, Junge, Junge. Er hat doch nichts gemacht? Wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Ähm, drei Cautions, ähm... Und, äh, we walk, oh, we stopped him four times, and uh, no. Aber leider haben sie, ähm, eine nichtgültige Fahrlizenz, das heißt, sie müssen bitte einmal F10... Sie, sie müssen F10 ein... So. Und zwar einmal... Äh... Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte F10 drücken. Und dann... F9. Put your hands on your head, and don't move then. Jetzt ist dein Auto im Weg, ganz ernst. So. Sein Auto ist einfach weg. Auch normal. Er durfte sowieso nicht mehr weiterfahren. Hat da irgendwas Spitzes dabei, womit ich mich... verletzen kann? Nein, you can... Nicht go. Ähm... Und einmal... Nein, das wollte ich nicht. E. Ich wollte, dass er... Was ist denn, wenn ich F9 drücke und... F9. Pressing E to open the door, use... When nearby... Use E. Kommst du rein, oder? Na gut, dann leg dich auf den Boden. Schlafen kannst du zwar... Zwar woanders ist es gerade erst. Ich hab noch nicht mein Handy in der Mission. Ach, ich muss die Mission mal ein bisschen weiterspielen. Bis... Äh... Damit ich ein Handy habe und alles. Ich fahre mal ein bisschen hier lang. Ähm... Also ein bisschen... Die Missionen... Oder halt weiterspielen, sondern einfach nur machen halt. Kommst du mit? Kollege? Ne, ne? Brauchst du auch nicht. Ich hab schon alleine. Ach, der ist noch in einem Auto. Ach, komm. Alles klar, da ist mein Kollege. Das ist toll. Was hab ich da verstehe? Kung, Hilfe. Im Heli? Im Heli? Im... Heli? Wheelie? Ernsthaft? Oder ist er das da hinten? Nee, der ist jetzt da hinten alles klar, wie ich dachte gerade. Da hinten war ein Kollege. Ich muss kurz von der Autobahn so schnell, wie man sich abfahren hier. Ähm. Ach, haben sie den schon? Ach, sie machen da nur noch eine Straßensperre. Ach so, das ist ja nicht der, das ist der da hinten. Was geht hier ab? Was geht hier ab, bitte schön? Falls ich nur mal versuchte zu fliehen. Doch, jetzt können wir mal fliehen. Nein, bitte fahren wir nicht über. Oh Gott. Da hat zumindest keine Reifen mehr. War das nicht mein Auto? Ja, das war mein Auto, weil da der jetzt drin sitzt. Komm, Kollege. Ah, Junge, was geht mit dir ab? Steig ein, Kollege. Jetzt seht ihr mal der, äh, Taxifahrer, wie hier so ein Einsatzfahrer in der Polizei aussieht. So ein Einsatz habe ich auch noch nicht, mit so vielen Leuten hier. So. Vielleicht kein Reifen mehr. Ja. Das wollte ich nicht, sorry. Jetzt sind sie ausgestiegen. Gut, der ist festgenommen. Der andere. Von den anderen können sie, den können sie ja alle festnehmen, weil guck mal wie viele die da sind. Weil irgendwer von denen muss den ja festnehmen. Das heißt, ich muss dem hinterherrennen. So, sie sind festgenommen. Hallo? Sie sind festgenommen. Ach, danke schön. So. You must target an irgendeinem Aspekt von Action 2 on them. Alles klar. Hab ich doch. Ähm. Jetzt muss ich mit ihm kurzer wieder zurückrennen. Oder was da hinten abgeht. Haben sie den schon? Nee, den haben sie auch noch nicht. Ich hab leider keinen Platz mehr im Auto. Kann ich ihn da aus dem Auto wieder rausholen? Ja. Piest. Hallo? Hallo? Gut, dann muss ich kurz mit dem hier einmal hier außen rumlaufen. Oh, der steigt jetzt wenigstens ein. Das ist toll. Steigt da aus, Junge. You can go. Gut, dann kannst du halt nicht go. Und. Ich glaube, der flüchtet nicht mehr von der Brise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht. Und einer mit einer Lichtfeuerwaffe da. Ich glaube, das ist ein meiner sogar. So, sie sind festgenommen. So. Habe ich noch einen Kollegen, oder? Ist mein Kollege irgendwie ans Leben gekommen? Ich fahre das Auto mal kurz hier an der Seite, weil der will da irgendwie lang. Ja, so gut ist mein Kollege. So. Mein Kollege ist hier drin und das Arrest und noch irgendwer. Werden die jetzt beide da rein gebracht? Dann würde mir mal interessieren, ob da jetzt vier Leute kommen, weil ich habe jetzt ja viele, äh, also zwei Leute drin. Ja, Kollege, ganz ruhig. Ich habe auch wieder den Dings gar nicht getroffen. Alter, komm, ich... Ja, so. So, und, kommen da jetzt vier, oder? Nee. Nur einer, auch in Ordnung, ne? Nee, doch, zwei. Alles klar. Was mit meinem anderen Kollegen? Also mit dem... ...anderen Typen. Ist er jetzt noch drin, oder? Gut, du sollst ja bitte einmal jetzt aussteigen, habe ich gesagt. Raus aus meinem Wagen, Junge. Ich sage, können Sie bitte in meinen Wagen kommen? Raus aus meinem Wagen. Okay, ähm... Dann sage ich mal so, war es das wieder mit... Sorry, äh, ähm... War es das wieder mit der Folge LCPDF-A? Wir können mal alles anmachen, so. Und, ähm... Dann sage ich mal so... Guck in die Kamera, Junge. War es das wieder mit der Folge LCPDF-A? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Schreibt einen Kommentar, wie man das besser machen kann. Da hinten haben sich gerade zwei Polizisten gecrashed. Und, ähm... Dann sage ich... Bis gleich... Hä? Bis gleich? Und was machen die da? Was geht mit euch ab? Äh, dann sage ich... Was geht mit dem ab? Ganz ruhig, Junge. Du bist nur Polizist. Also, äh, falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zur nächsten Folge und haut rein, Leute. Ciao, ciao.